Bei dem Benning CM14 handelt es sich um ein multifunktionales und handliches Messgerät für viele alltägliche Anwendungen im Elektrobereich. Im Lieferumfang enthalten ist neben dem Messgerät an sich ein Gürtelholster, ein hochwertiger Messleitungssatz, Spitzenschutz und Kontaktspitzenvergrößerungen für die Messspitzen. Da es sich hierbei um eine multifunktionale Stromzange handelt, kann man Spannungen im Gleich- und Wechselstrom von 0,1 bis 1000 Volt messen und anzeigen lassen. Sofern man die mitgelieferten Batterien nicht eingesetzt hat oder diese leer sind, zeigte die Spannung ab 50 Volt in Gleich- und Wechselstrom immer noch zuverlässig an. Der Signalton beim Messen von lebensgefährlicher Spannung lässt sich auf Wunsch mit einem 5-sekündigen Druck auf die Hold-Taste ausschalten. Bei einem Gedrückthalten von 2 Sekunden der Hold-Taste schaltet sich die Taschenlampenfunktion ein, um in dunklen Arbeitsbereichen noch ausreichend Licht zu haben. Beim Betätigen der Ohm-A-Taste kann man zwischen den beiden Modi wechseln, ob man nun Widerstände von 1 Ohm bis 50 Kiloohm misst oder über die offene Stromzange mit einem Durchmesser von 16 mm eine Strommessung von 0,1 bis 200 Ampere im Wechselstrombereich vornimmt. Eine weitere Messfunktion ist die Drehfeldrichtungsprüfung, welche anhand von grünen LEDs angezeigt wird. Die einpolige Außenleiterprüfung wird über eine rote LED angezeigt. Der Durchgang über ein Summer und roter LED, die Polaritätsprüfung über Plus Minus LEDs für Gleichstrom. Das Messgerät ist zudem zur einfachen Spannungsprüfung an Steckdosen über die arretierten Steckplätze für die Messleitungen auf der Rückseite geeignet. So hat man beispielsweise eine Hand frei, um den Deckel bei Steckdosen im Außenbereich aufhalten zu können. Trotz der kompakten Abmessungen bietet das Benning CM1-Sphere einen optimalen Schutz für den Anwender. Die höchste Messkategorie ermöglicht den sicheren Einsatz bis zur Quelle der Niederspannungsinstallation. Aufgrund des sehr umfassenden Funktionsumfangs ist das Benning ein unverzichtbares Messgerät für alle Messanwendungen und zur Fehlersuche in der Industrie, im Handwerk und im Service. Untertitelung des ZDF für funk, 2017